Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen React zum The Best Of 2024, nicht von Rocket Beans, sondern The Daily Dose of Internet, einem YouTube-Kanal, der immer coole Internetvideos zusammenschneidet und es gibt ein erstes Video zu 2024 und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und hoffen, dass wir viel Spaß haben. Das ist halt wie bei Kindern, wenn die anfangen zu schreien, also erstmal es tut nicht weh und die fangen schon an zu schreien, bevor man überhaupt irgendwas macht, das ist ja so lustig. Tiere gehen immer klar, ne? Oh, ein Truthahn, nee, was ist das für ein Tier? Oh! Was? Never! Das gucken wir uns nochmal an. Wie bitte? Sie sagt, lay an egg und dann ploppt das raus, das kann nicht sein. Okay, das hat die nachvertont, oder? Hunderpro hat die das nachvertont, das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein, das hat die nachvertont. Warum trinkst du Pedialyte, Bro? Ich brauche es. Aber benutze beide Augen. Ich dachte im ersten Moment, dass die Pfoten gebrochen sind. Guck dir das mal an. Das sieht aus, also erstmal, was ist mit dem Kind egal, aber ich hab wirklich gedacht, das arme Tier hat sich die Pfoten gebrochen. Guck mal hin. Oder? Nein, das wird wehtun. Das wird wehtun. Es wird wehtun. Es wird wehtun. Au, au, es wird... Hallo, Hank. Okay, das geht zu schnell. Also erstmal nochmal zurück. Der Typ ist in den Boden eingebrochen. Warum machst du das auch? Du wiegst halt einfach zu viel dafür. Wie ist es mit dem Hund? Er hat es... Er hat es gerade gegessen. Wie ist das überhaupt passiert? Oh, oh, au, 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 au. Warte, warte, warte. Au, au. Warte. Wo ist die... Wo kann ich die Geschwindigkeit einstellen? Scheiße, ey. Erstmal das. Das passt auch gut in... Nee, das ist... Das wollen wir nicht. Au. Oh, voll auf die 12. Okay, äh, warte. So. Au. Oh, das kenn ich auch. Das ist super. Au. Okay, es geht so schnell. Es ist einfach alles so lustig. Tut mir leid, ich muss ab und zu Sachen zweimal gucken. Also erstmal das, wie er schreit. Das ist ja so geil. Das Baby geht hin und gibt ihm eine. Wie er dann schreit. Alter Schwede, dieser dramatische... Und wie geil das Baby auch zurück zur Mutter krabbelt. Das ist ja fantastisch. Und wie sie auch ihn lobt, dass sie... Und das ist auch... Das ist wirklich so gemein. Weil das ist strafbar, ne? Das war ja so ein guter alter Schulprank auch, wenn man in der Schule diesen Feuerwehrknopf gedrückt hat. Hat ihn richtig Ärger gekriegt. Und der arme Typ, was der damit alles auslöst. Das tut mir so leid. Die Türen schließen sich. Oh Gott. Und das erste, was er... Er weiß genau, er weiß genau, er hat komplett abgefuckt. Und jetzt greift er... Das erste, seine Hand geht zum Handy. Er weiß genau, okay, er muss irgendwas mit dem Handy jetzt machen. Irgendwen anrufen. Irgendwas, irgendwas... Oder sei es nur vor Scham versinken. Im Handy. Irgendwas muss er machen. Okay, warte, das geht mir zu schnell. Was macht er da? Was ist das? Was hat er da? Was ist das für eine Abteilung? Ist das ein Luftballon oder sowas? Ja. Dieser Vater sprach zu seiner Daughter durch die Türbelkamera. Willkommen zurück, Allerbeller. Okay. Oh, die Arme. Nein. Au. Oh, Katzen sind... Alter. Also erst mal Katzen... Ich hab neulich ein Video gesehen. Von Katzen. Eine Compilation. Zehn Minuten geht's nur darum, was Katzen alles im Haushalt zerstören. Wo die raufklettern, runterreißen, Kettenreaktionen auslösen, die Equipment im hohen Tausenderbereich zerstören. Katzen sind einfach... Ach, Leute. Aber wie geil ist das denn? Arnold Schwarzenkrehe. Das ist ja wohl der absolute Oberhammer. Sie flext einfach mal ihre Muskeln. Oh. What do you think he's trying to say? I'm beswadrot. I'm beswadrot. I'm beswadrot. I'm beswadrot. I'm beswadrot. I'm beswadrot. Ow. Oh. Oh Gott, ist das dumm! Hat er noch nie eine Katze gesehen, oder was? Oh mein Gott! Au! Okay, das war nur aus Pappe. Diese Person war auf einem Flugzeug, das so hoch war, dass die blauen Farbe der Atmosphäre beginnt zu verschwinden. Okay, so listen up, I'm not gonna say this again. 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, and then reverse all the way over and up. There's your clutch, break gas. Now you're ready? You got this. Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! War da jemand drin? War da eine zweite Katze in dem... Okay, warte mal. Jetzt will ich jetzt, wir machen noch mal ganz kurz, ich will jetzt wissen. Wir machen die Hälfte der Geschwindigkeit. Okay, fuck, das war exakt das Gegenteil. Ne. Das ging einfach so schnell, dass man es auch mit halber Geschwindigkeit nicht gesehen hat. Ich glaub da ist jemand drin. Oh mein Gott! Und die verfolgt die andere Katze? Okay. Ja Katzen sind auch, die mögen sich selber nicht. Katzen mögen sich gegenseitig nicht. Was sagt das über Katzen aus? Au! So, das macht mich nicht komfortabel. Ja, sehr. Oh, ist das ekelhaft. Hi. You are currently being recorded. Hi. You are currently being recorded. We don't care, because I'm Amazon! Amazon! She was trying to go for a walk when her dog spotted something. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ist aber nur ein, ähm, ne Schwarzbär. Schwarzbären... Oh! Okay, das war wie so, äh, the man in the iron mask oder so. Der war... Irgendjemand ist in diesem Zimmer seit vielen Jahren eingesperrt. Und ist sehr hungrig. Kommt einmal am Tag. Sein Essen hingestellt. Jetzt... Komm, wir machen nochmal langsam. Okay, das ist lustig. Ah! Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Oh Gott. Oh Gott. Fleht einmal aus den Ohren. Oh Gott. Oh, das arme Geschöpf. Nein! Nein, nein! Ich weiß was passiert. Es geht einfach 100 pro kaputt. Es soll... Oh, dieser Blick von ihm auch. Wir kennen... Seien wir ehrlich. Wir alle kennen diesen Blick. Wir alle kennen diesen Blick. Wir alle kennen diesen Blick. Den Blick. Wir kennen ihn alle. Diese Resignation, die Erkenntnis, diese völlige Leere. Äh... Und wieder noch der letzte, die letzte Scherbe ihm aus der Hand fällt. Gutes Timing. Au! Wäre ihm auch nicht... Er hilft ihm nicht. Guck mal. Er hilft ihm einfach nicht. Okay, war das zwei Leute auf so einem E-Scooter? Ja, das geht natürlich nicht auf dem Fußweg. Die fallen hin. Aber er auch... Bleibt stehen. Reicht ihm keine Hand. Guckt einfach nur. Okay. Serious? Oh, bitte nicht wehtun. Alter. Oh Gott. Ey, wenn man halt einfach knallert, überzüchtet ist, ne? Das machen 1000 Jahre Inzucht mit so einem Geschöpf. Oh, der zwackelt ihn da unten. Oh, wie er sich... Was ein brillanter Move. Au. I found someone that makes art out of cardboard. But that artwork creates a shadow of a different piece of art. Oh shit, okay. Das ist krass. Okay, das ist krass. Ich muss mich mal ein bisschen höher setzen. Sit. Da stehen der da. Hier haben wir Infos. Bennett, komm raus! You will get taken here. Was macht der da? Oh, oh, oh mein Gott. Bennett! Wow. 1, 2, 1. Okay, Schuss, wie er guckt. Guck mal, Leute. Er guckt wie jemand... Guckt euch mal an, wie er guckt. Er denkt sich so, ja, ich weiß, rein theoretisch, wir haben das alles tausendmal geübt. Wir haben das bei uns im Innenhof ausprobiert. Es hat immer funktioniert, aber scheiße. Ey, es kann ja sein, wir alle haben die Cybertruck-Präsentation gesehen. Ei, ei, ei. Ein... Einer... Einer... Bist du nicht? Au... Bist du nicht? Bist du nicht? Aini... Bist du nicht? aber tieris kann auch echt lustig sein ich dachte der fällt voll ich dachte er knallt voll mit dem gesicht aber okay das war lustig so this guy asked to help up every time this dog gets brush they do a little dance how do you even find out that you can do something like this this guy discovered a new way to punch why do you speak spanish so viel schwung in sich er will einfach aber er weiß er darf nicht singen aber er will so unbedingt singen weil er so viel in sich drin hat es muss einfach rausgeschnabelt werden und er weiß er darf es nicht aber es ist sein gehorsam ist geringer als die musik in seinem leib i think bees are trying to talk to us after four years this dog finally learned how to use the doggy door wer weiß wie das riecht oder okay das ist ziemlich cool das kenne ich auch das ist total abgefahren ja das war das best of 2024 so far da wird natürlich noch im laufe der nächsten monate einiges dazukommen das ganze vom kanal the best daily dose of internet auf youtube ist lustig es gibt so viele lustige videos das machen wir normal ich mag so was aber nur wenn sich niemand weh tut ich bin immer so ein win compilation typ ich bin kein our compilation typ tja was war euer lieblings video schreibt mir das in die comments bis dahin habt ein gutes leben tschüss leute